Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das bei Nierenversagen als Ersatzverfahren durchgeführt wird. Während der Dialyse erfolgt ein Stoffaustausch durch Devulsion über eine semipermeable Membran, die sich im Filtersystem befindet. Gelöste Moleküle aus dem Blut als hochkonzentrierte Flüssigkeit wandern in die schwach konzentrierte Dialyselösung. Das Filtersystem wird dabei ständig von frischem Dialysat als Spüllösung durchströmt. Während der Behandlung wird über dünne Schläuche das ungereinigte Blut des Patienten aus dem Körper gepumpt und zur Dialysemaschine geleitet. Dort fließt es durch das Filtersystem, dem sogenannten Dialysator, wird an der Membran vorbeigeführt und gefiltert. Die harnpflichtigen Stoffe, die normalerweise über die Niere in den Urin gelangen würden, verlassen so das Blut des Patienten. Die Spüllösung, die das Filtersystem ständig durchströmt, nimmt die Stoffe auf. Das gereinigte Blut wird nun den Patienten wieder zurückgegeben. Die rechte Abbildung soll das Prinzip des Konzentrationsausgleich zweier Flüssigkeiten zeigen. Sie zeigt die Filtermembran zwischen Blut- und Dialyselösung. Diese Filtermembran besitzt Poren, die kleine Moleküle wie Wasser, Elektrolyte und harnpflichtige Substanzen durchlassen, aber große Moleküle wie Eiweiße und Blutzellen zurückhalten. Auf der anderen Seite der Membran befindet sich eine keimarme, aufbereitete Lösung, deren Wasser durch Umkehrosmose aufbereitet wurde und Elektrolyte, die an die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten, angepasst worden sind. Eine Dialyse dauert in der Regel 4 bis 5 Stunden. Die Nachtdialyse dauert bis zu 8 Stunden, je Behandlung und wird mindestens 3 Mal in der Woche durchgeführt, in Abhängigkeit von Körpergewicht, Nierenrestfunktion und Herzleistung des Patienten. Das Wichtigste zu diesem Thema noch einmal kurz und knapp zusammengefasst. Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das bei Nierenversagen als Ersatzverfahren durchgeführt wird. Während der Behandlung erfolgt ein Stoffaustausch durch Diffusion über eine semipermeable Membran, die sich im Filtersystem befindet. Gelöste Moleküle aus dem Blut als hochkonzentrierte Flüssigkeit wandern in die schwach konzentrierte Dialyse-Lösung. Über eine zweite Nadel wird das gereinigte Blut dem Patienten wieder zurückgegeben. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Themen, dann schaut doch in unsere Biologie-Playlist. All unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up! Legislativ. Copyright Untertitel. Best 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 Best